So, willkommen zurück bei Reigns. Unser letzter König hat 51 Jahre regiert, Balduin, der Uralte. Ich glaube nicht, dass wir das noch toppen können. Jakob. Regiert wie ein Gewinner, habt einen Erben, probiert den Blauen. Natürlich heiraten wir. Wir sind reich. Wir geben ihr auch mehr Macht. Sieg. Die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Gottfried der Kühne. Lasst sie gehen. Keine Gnade. Sohn des Teufels, seht her. Voltruf der Weltenbahn. Er entreißt einer Wache das Schwert und bedroht euch. Engad. Und ihr da? Muetzen. 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 Ouk. Bist obstruction. Muetzen. Muetzen. Okay, das ging sehr zügig. Ich habe das mit den Kämpfen irgendwie noch nicht raus. Machen wir noch einen. Einen neuen Robot. Hey, wir werden angegriffen. Bettler dringen unsere Straßen vor. Läuft sie raus. Ja, bin ich mit verheiratet. So, die Taube. Danke. Jetzt sendet die Garnision. Ja, jetzt nehmen wir. Ja, wir wollen glücklich werden. Glück ist kein Hexenwerk. Ich kann euch nicht glücklich machen. Vielleicht etwas beseitigen, das euch unglücklich macht. Königin? Seid ihr sicher? Nein. Fanden eine Gruft. Jetzt ist es ja egal. Wir versuchen es einfach. Einen neuen Randy. Ich weiß, wie es ist übel oder mundt ist. Ich will es trocken. Salztür benutzen. Und aufhelligen, alchemistischen Ruhnen. Keine Silbertür. Luft ist milder, aber sie riecht nach Erbrochenen. Sie spürt frische Luft und städt Licht hinter dieser Tür, aber sie ist geschlossen. Victor hat sehr große, rote Augen. Manchmal ist er gemein zu mir. Ist Victor da? Okay, also das ist ein bisschen komisch. Mit dem Kämpfen könnte der jetzt was werfen. Naja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Macht es gut und ciao, ciao.